Wir werden auf vielfache Art und Weise gefordert im Moment und das sind alles auch Prüfsteine für Demokratie, für Freiheit, aber letztendlich alles mit dem Ziel, Freiheit leben zu können. Ist das ein unauflösbares Paradoxon für Sie? Ich glaube, dass es auflösbar ist, aber man muss es durchaus als ein Paradoxon verstehen oder jedenfalls als ein Spannungsfeld. Also dass das Werte sind, die immer gegeneinander abzuwägen sind und dass man nie alles haben kann, entweder nur das eine oder nur das andere. Das ist eine Binsenweisheit, aber sich das immer wieder bewusst zu machen und bei der Abwägung darüber nachzudenken, was das bedeutet, das scheint mir wesentlich zu sein. Und das war auch für mich so ein Anstoß, eben das ein bisschen näher auszuführen und das dann in ein Buch zu fassen. Ich sehe, dass so heißt dieses Buch, Sie haben in einem Interview Elke Heidenreich zitiert, die gesagt hat, auch ein Buch, auf das die Welt nicht gewartet hat, aber, und Sie erklären es, und das war letztendlich auch die Motivation, es zu schreiben, zu sagen, gerade in Ihrem Verständnis von Demokratie ist es so wichtig, einen Beitrag zu leisten. Ist es in diesen Tagen, diesen Blick auch wieder zu schärfen, besonders wichtig? Das glaube ich schon. Und das ist erstaunlich, dass manches, das ich zu einem Zeitpunkt, als das alles nicht aktuell war, bedacht habe und mir gedacht habe, darüber sollte man schreiben, dass das kurz darauf eine derartige Aktualität bekommen hat. Das beginnt eben wirklich bei den Herausforderungen der Demokratie und da sage ich im Wissen, wie schwierig jetzt diese Regelungen zu treffen sind, die massive Einschränkungen der Freiheit sind und wo es um die Angemessenheit dieser Regelungen geht. Das weiß man vorher theoretisch und jetzt ist es praktisch da. Aber darüber theoretisch schon nachgedacht zu haben, zu einem Zeitpunkt, wo die unmittelbare Betroffenheit nicht da ist, das halte ich für so wichtig. Und das gilt für andere Dinge auch. Ich wollte zu diesem Zeitpunkt es aus der unmittelbaren Aktualität herausheben und auf einmal ist es mittendrin. Mittendrin. Der amerikanische Psychotherapeut Karl Rogers sagt, das Allerprivateste ist das Allerallgemeinste. Würden Sie dem zustimmen? Also sind Ihre Eckenkanten, Ihre Erlebnisse, dort wo die Brüche entstehen, letztendlich auch das, was uns alle betrifft, weil es jeder erlebt in einer Form? Ich glaube schon, dass man dem zustimmen kann. Manchmal ist es hilfreich, das zu wissen. Wahrscheinlich vor allem dann, wenn einen etwas Schmerzliches betrifft und man das Gefühl hat, das bin jetzt nur ich, der das passiert. Zu wissen, dass das wohl eine Vielzahl von Menschen auch betrifft, kann, muss natürlich nicht, aber kann durchaus deswegen ein Haltegriff sein, weil es beim Rahmen hilft, in dem man dann die Dinge setzen kann. Weil es beim, ich möchte jetzt nicht sagen relativieren, aber doch bei der Einordnung helfen kann. Und eine Einordnung kann bereits hilfreich sein. Also das ist jetzt so ein Gedanke, der mir im Zusammenhang damit in den Sinn kommt. Aber überhaupt zu wissen, dass die Menschen nun bestimmte Verhaltensweisen verbinden und nun haben wir, und ich sage glücklicherweise nicht alle die gleichen, aber genau darum geht es mir ja, dass man versucht anzusetzen dort, wo man an das Menschsein so anknüpfen sollte, dass es insgesamt dann ein Mehrwert für alle ist. Das heißt, gegen Egoismus, aber für Eigeninitiative. Das heißt, für Aufmerksamkeit, aber gegen Denunziation. Alle diese Dinge, die so knapp beieinander liegen, wo man sich das eine wünscht und dann erschreckt, wenn es ins andere kippt. Aber das überhaupt wahrzunehmen, das zu beobachten an sich und an anderen, das scheint mir eine wesentliche Voraussetzung dafür zu sein, dass wir alle miteinander ordentlich umgehen können. Bei Ihnen war es die Basis dann eben für eine spätere politische Karriere und Sie bekennen und schreiben auch ganz offen, dass der Satz, der Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer politischen Arbeit am öftesten gesagt wird, der ist, Du, wenn es denn Freunde sind, oder Sie, Sie waren in der falschen Partei. Können Sie diesem Satz was abgewinnen? Absolut. Wie erklären Sie ihn heute? Absolut. Was ist Ihre Antwort darauf? Der hat den Punkt damals getroffen und rückblickend erst recht, nur als man ihn mir sagte, und im Übrigen war das meist mit einem Sie verbunden, denn das kam vor allem von Menschen, die ich nicht kannte, bei irgendwelchen Diskussionen oder aber bei Veranstaltungen, wo man eben mit allen möglichen Menschen zusammenkommt. Und nach einem kurzen Gespräch war das wirklich der häufigste Satz, wo man mir dann gesagt hat, also Sie sind in der falschen Partei. Und ich habe das damals immer, immer damit begründet, als ich in der freiheitlichen Partei war, dass das eben jene ist, die gegen bestehende Verfilzungen ankämpft, die gegen einen Machtmissbrauch ankämpft, alles das. Das waren schon Zugänge in einer Zeit, als SPÖ und ÖVP über 90 Prozent, weit über 90 Prozent der Wählerinnenstimmen hinter sich hatten, aber auch so agiert haben, als gehörte ihnen das Land. Und diese Vorgangsweise, die hat mich einfach mobilisiert. Und damals war wirklich die einzige Alternative die Freiheitliche Partei. Und das war zu einem Zeitpunkt, die hat ja auch die unterschiedlichsten Phasen hinter sich gehabt, aber zu dieser Zeit war eine doch bemerkenswerte Gruppe da, die aus der Freiheitlichen Partei auch eine liberale Partei machen wollte. Und das ist halt zusammengekommen, aber wie auch immer. Wesentlich ist, dass man, glaube ich, versucht, die Wahrnehmung gesellschaftlicher Zusammenhänge so zu schärfen, dass man nicht Scheuklappen bekommt, dass man nicht blind wird, dass man sich nicht so gewöhnt an Dinge, die halt nun einmal da sind. Und das ist übrigens ein Auftrag für jede und jeden, egal in welcher Partei. Welche Rolle hat in dieser Entwicklung die Strahlkraft Jörg Haiders gespielt? Beziehungsweise ist Strahlkraft oder das, was man Charisma benennt, eine zu wichtige politische Kategorie geworden? Sie haben ihn ja am Anfang sogar mit Sebastian Kurz verglichen. Ihr habt gesagt, in den Anfängen gab es für Sie da Parallelen. Überstreicht das heute alles, zu sagen, es muss jemand Charisma haben, es muss jemand Strahlkraft haben? Auf der einen Seite ist das natürlich notwendig, denn wenn du die Menschen erreichen willst, dann ist es, dann ist deine, sie sagen Strahlkraft, und man kann alle möglichen Begriffe dafür nehmen, aber diese Überzeugungskraft einfach notwendig. Das ist die eine Seite. Aber wenn das Selbstzweck wird und wenn du das Gefühl hast, dass diese Strahlkraft sozusagen die Professionalität ist, die dann über allem steht, dann ist es eine negative Entwicklung. Und das habe ich damals bei Jörg Haider so empfunden und das empfinde ich jetzt bei Sebastian Kurz so. Insofern drängen sich diese Vergleiche für mich sehr oft auf. Ja.